Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video über das Basenbad. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über unseren Säurebasenhaushalt, über die Folgen von Übersäuerung und wie ihr ein Basenbad richtig anwendet. Herzlich willkommen bei Casida, dein Experte für natürliche Gesundheit und Clean Beauty. Bevor wir in die Details des Basenbads eintauchen, werfen wir einen Blick auf unseren Körper und seinen Säurebasenhaushalt. Unser Körper strebt nach einem ausgewogenen Säurebasenverhältnis für optimale Funktionen. Der Säurebasenhaushalt reguliert viele lebensnotwendige Prozesse, von Stoffwechselvorgängen bis zur Abwehr von Krankheiten. Doch heutzutage kann unser moderner Lebensstil zu einer Überlastung mit Säuren führen. Die Nahrung, die wir konsumieren, Stress, Umweltgifte, all das kann in einem Ungleichgewicht enden. Dieses Ungleichgewicht kann zu verschiedenen Problemen führen, von Müdigkeit und Energiemangel bis hin zu Hautirritationen. Eine dauerhafte Übersäuerung des Körpers kann zu vielfältigen Beschwerden führen, darunter Energiemangel, Verdauungsprobleme oder sogar Muskel- und Gelenkschmerzen. Deshalb ist es wichtig, unseren Körper zu unterstützen und ein harmonisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Jetzt kommen wir zur praktischen Anwendung des Basenbads. Ein Basenbad kann dazu beitragen, den Säurebasenhaushalt zu regulieren. Dazu könnt ihr ganz einfach unsere Badesalze nehmen, die seht ihr hier hinten, und dazu könnt ihr dann noch Natronpulver einfügen. Das heißt, ihr nehmt eine Tasse von eurem Badesalz, eure Wahl, und eine Tasse Natronpulver, fügt es in die Badewanne ein, lasst euer Wasser ganz normal einlaufen, dann könnt ihr noch ein paar ätherische Öle mit reintun, wenn ihr möchtet, und dann könnt ihr darin mindestens 30 Minuten lang baden. Das eignet sich übrigens auch super als Fußbad. Dazu kann man dann einfach kleinere Mengen verwenden und ungefähr 10 Minuten die Füße darin baden. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung den Shop verlinken, dort findet ihr unsere Produkte, die ihr hier hinten seht, und dann könnt ihr da mal rumstöbern. Ihr findet unten auch einen 10% Rabattcode, den ihr einlösen könnt. Also schaut da gerne vorbei. Wenn ihr keine weiteren Videos zu Beauty- und Gesundheitstipps von uns mehr verpassen möchtet, dann abonniert sehr gerne unseren Kanal und lasst uns einen Daumen hoch da. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Das ist die Zeit. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020